Musik Damals war ich noch ein alten Arbeitgeber einer großen deutschen Bank. Da hießen diese Briefe immer Binnenbriefe. Wenn Sie nicht binnen 14 Tagen Ihre Rate bezahlen. Heute ist das ein bisschen netter formuliert, aber der Inhalt ist der gleiche. Und den schlimmsten Fehler, den Sie machen können, ist, wenn es wirklich mal knapp sein sollte, dann auf Tauchstation zu gehen. Ich schätze mal, 50% aller Zwangsversteigerungen müssten nicht stattfinden, wenn derjenige, der die Rate nicht mehr zahlen kann, vorher in Kommunikation gegangen wäre. Das sind teilweise lächerliche Sachen. Ja, ich hoffe, das wird nie passieren, aber bitte sonst vorher immer mit der Bank sprechen. Oder, was eigentlich aus meiner Sicht viel schlauer ist, weil dem Banker erzählen Sie zur Not genau das Falsche. Ja, und Sie verkaufen es ihm auch nicht. Die meisten sagen, ja, wir brauchen jetzt nochmal irgendwie drei Monate oder so. Oder wir brauchen noch 10.000 Euro. Wenn Sie dem Banker gegenüber sagen, dass Sie was brauchen, haben Sie sowieso schon ver... Ja? Versch... Die meisten schauen, ja, wir brauchen jetzt mal ein anderes Café. Ja? 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 Untertitelung des ZDF, 2020